Juraj Krisanik war ein kroatischer Theologe, Schriftsteller, Politiker und einer der ersten Befürworter des Panslavismus unter russischer Führung. Leben Juraj Krisanik wurde 1618 als Sohn des kroatischen adeligen Gaspar Krisanik, ein Offizier unter Zetrinski und seiner Mutters Usen, geboren. Er besuchte eine jesuitische Grundschule in Leibach und von 1629 bis 1636 die K-Sekunden-Gymnasium in Zagreb. Im August 1638 erhielt er seinen M. A. in Graz und erwarb den theologischen Dr. Graat am Collegium Grecum S. Athanasii in Rom im Jahre 1642. In seinen Arbeiten widmete er sich hauptsächlich dem Kampf gegen Lutheraner und Calvinisten. Er war früh um eine missionarische Stellung in Russland bemüht, war aber zunächst als Lehrer am theologischen Seminar in Zagreb und später als Pfarrer tätig. 1647 schließlich reiste Krisanik zum ersten Mal nach Russland auf polnischer Mission und wurde in Moskau von Patriarch Iosef empfangen. Er blieb bis 1650 in Russland und schloss sich später einer Gesandtschaft nach Konstantinopel an. Zwischen 1651 und 1658 hielt sich Krisanik in Wien, Rom und Florenz auf. 1659 brach er ohne päpstliche Erlaubnis nach Moskau auf und erreichte es am 17. September in Tarnung eines ukrainischen Kriegsflüchtlings. Da er verdächtigt wurde, ein katholischer Agent zu sein, wurde er sogleich verhört. Er gab an eine Geschichte Russlands sowie eine Grammatik des Kirchenslawischen verfassen zu wollen und scheint daraufhin als Bibliothekar und Archiver im Moskauer Kreml gearbeitet zu haben. Vermutlich wegen seiner Missionsarbeit als Katholik wurde Krisanik im Januar 1661 auf einen Ukas-Zar Alexei Michalowitschs nach Tobolski in Sibirien verbannt, wo er bis nach dem Tod des Zaren blieb und sich literarisch sehr aktiv betätigte. Sein Exil dauerte bis 1676. Danach lebte er von 1678 bis 1681 als Mönch im Kloster des Dominikanerorden in Warschau. Bis 1683 hielt er sich in Vilnius und Warschau auf. 1683 reiste er nach Wien, wo er dem polnischen Heer unter der Führung Jans Obiskis als Feldgeistlicher beistand. Und in der letzten großen Defensive gegen die Türken am 12. September 1683 wurde er in der Schlacht am Kalenberg bei Wien, die das Ende der osmanischen Belagerung der Stadt markierte, getötet. Er wurde bei Wien begraben. Juraj Krisanik engagierte sich für die Vereinigung der Slaven unter der Führung Russlands und des Heiligen Stuhls. Ein für die damalige Zeit revolutionärer Gedanke, der unter seinen Zeitgenossen jedoch weitgehend unbekannt blieb. Da seine Schriften erst im 19. und 20. Jahrhundert veröffentlicht wurden, Werk. Krisanik widmete sich dem Kampf gegen den Kalvinismus und Lutheranismus, aber auch der Widerlegung von Schriften der Raskolniki. Während seines zweiten Russlandaufenthalts sprach er sich sowohl für eine landesweite Konversion zum Katholizismus, als auch für eine Vereinigung der slawischen Völker unter der Führung Russlands aus. Womit er meinte zugleich den Protestantismus und die ungläubigen Türken effektiv bekämpfen zu können. In seinem Hauptwerk Politik oder Gespräche über die Herrschaft befürwortet Krisanik die absolute Monarchie in Anlehnung an klassische Autoritäten wie Machiavelli. Nur eine starke russische Monarchie scheint ihm in der Lage zu sein, die Interessen sowohl der eigenen, ihm zufolge abergläubischen und unentwickelten Bevölkerung als auch der anderen slawischen Völker zu vertreten. Des Weiteren sieht Krisanik die russische Macht als pur und unverfälscht an und warnt vor dem Einfluss ukrainischer politischer Intrigen und der Zermürbung durch die Aristokratie, wie zum Beispiel in Polen. Außerdem sei eine Abkehr vom Aberglauben sowie von Mitten über den Ursprung Russlands höchst notwendig. Ebenso wie der von der griechischen Theologie und der deutschen Technologie. Krisanik prophezeite Russland eine bedeutende Zukunft, mahnte aber, dass die Bekehrung zum Katholizismus sowie die Befreiung und Vereinigung der unterdrückten Slaven dazu unbedingt stattfinden mussten. Heute gilt Krisanik als erster Theoretiker und Vorläufer des politischen und militärischen Panslavismus. Ebenso setzte er ein Beispiel für spätere Bemühungen der katholischen Kirche, Russland zu bekehren. Zudem war er einer der ersten moralistischen Befürworter des aufgeklärten Absolutismus. Krisanik hinterließe eine große Zahl politischer, theologischer, linguistischer, geschichtlicher und sogar musikologischer Schriften, die größtenteils erst im 19. Jahrhundert veröffentlicht wurden, Werke, Politica ili rasgo vor ob vladet liest du, De providencia dai, Historia de Sibiria unter anderem.